Bitte. So, jetzt genau, jetzt richtet er sich erstmal auf, stellt sich hin. Wirkt halt jetzt nicht alles so ganz dynamisch wie bei dem Großen, aber es wird immer raus. Lass uns tanzen. Hallo, magst du dich nicht mehr unterheilen? Ich bin auch ganz lustig. Ja, gut, das geht jetzt halt. Ich mag ja den Nasein, ich glaube, das ist wieder durchführen, oder? Ja, das wäre schön, wenn es so gut ist, aber das ist ja nicht gelenkig genug. Wie aufwendig war das Programmieren von diesem Tanzjahrs?